So, nachdem wir die Westflanken vom Rank 0 angefahren sind, werden wir jetzt noch mit Firmen belohnt. Oh, eine geht jetzt auch. Die Stopperei auf dem Gipfel fahren können. Gewaltig. Ah, der Friedl. Ja, ja, alte Ästhet. Die Mini-Rosse des Kavendels. Ich führe, man sieht es. Man kann es nicht glauben heute. Gewaltig. Wenn ich mal aufpumpen. Dann lasst es mal nicht gut sein. Jetzt kommt die Christel. Ja, ja. Genial. Wahnsinn. Ja.